Tun wir mal für einen kurzen Moment so, als wären 100.000 statt 20.000 Menschen gestorben, wenn die Maßnahmen nicht geholfen hätten. Also aktuell haben wir knapp 20.000 Tote durch Corona dieses Jahr. Und stell dir mal vor, hätten wir nichts gemacht, hätte es keinen Lockdown geben, keine Masken, all das ganze Zeug, wären 100.000 gestorben. Fünfmal so viele. Also die Maßnahmen waren ein Riesenerfolg. Yeah. Stellen wir uns das mal kurz für einen Moment vor. Und stellen wir uns mal vor, es würde diesen ganzen Rattenschwanz nicht geben. Also es würde keine Menschen geben, die jetzt durch Depressionen Selbstmord begangen haben, weil sie im Lockdown so alleine waren. Es würde nicht dazu kommen, dass Leute ihr Business verloren haben. Und jetzt können sie weniger Geld verdienen und können weniger in die Krankenkassen einzahlen. Und in Zukunft haben die Krankenkassen weniger Geld und können weniger Leute behandeln. Das wird auch zu Toten. Also tun wir mal so, als würde es das nicht geben. Tun wir mal so, als würde es die Schulden nicht geben, die jetzt kommen, die auch dann denselben Effekt haben werden, dass natürlich Geld dann in Zukunft fehlt, weil wir jetzt schon früher konsumiert haben. Tun wir mal so, als würde es all diese Faktoren nicht geben. Auch die Leute, wo die Operationen verschoben wurden, die in der Zwischenzeit verstorben sind, weil man auf die Covid-Patienten gewartet hat im Krankenhaus. Also nehmen wir mal an, als würde es diesen Riesen-Rattenschwanz nicht geben. Und wir haben 80.000 Leben gerettet. Yay. Trotzdem rechtfertigt das nicht eine temporäre Einschränkung unserer Grundrechte. Punkt. 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 Punkt.